Es ist endlich soweit. Nach gefühlt 500 Jahren ist endlich Doors Floor 2 draußen. Felix, Louis, Victor und ich schauen uns das jetzt gemeinsam an und werden es dann natürlich durchspielen, weil wir sind Profis. Hey, sieht dein Icon hässlich aus. Hätte Sau. Na wirklich, Achtung, meine Güte. Ich bin im Hübsch. Oh mein Gott, das geht endlich den Aufzug runter. Wie geil. Hey, da steht was. Notice. Notice? Drück nicht den roten Knopf. Ich hab den... Und wir sind tot. Na toll, Victor. Danke. Wow. Wir wollten gerade aus dem Hotel entkommen, jetzt sind wir in The Minus. Ja, warum sind wir denn tot? Ja, was soll ich das jetzt? Der Aufzug ist kaputt wegen dir. Oh Mann. Kann ich hier runter? Kann ich hier nicht runter? Ich hab ne Lunchbox. Also wir brauchen jetzt erstmal die Sicherungen, oder? Eine führt zu dem Generator. Dann pack die in den Generator. Hey! Das ist der Sold. Hast du Pech. Ich glaube, in den Minecrafts kann man auch sterben oder so. Echt? Ich weiß nicht, Paul ist gestern gestorben dran. Digga, das ist crazy. Stell dir vor, du bist so wack, dass du an so einem Minecart stirbst. Äh, weiche Umstellen, Jungs. Also, so. Kick, kick, kick. Kick. Du wirst dich doch. Ich bin zu fett. Das prallt an mir ab. Yeah. Ja, wo's? Da, hi. Hast du schon einen Screech bekommen, oder was? Ja. Und ne Bandage gefunden. Cool, dass es jetzt ne Packung gibt, in dem die drin sind. Ja, richtig. Die kriegt gleich ne Packung. Meins? Das ist von mir. Na, meine Knicklichter. Warte, könnt ihr kurz warten? Die sind voll geil. Ja, wir warten. Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Du hast ne Banane in der Toilette auf deiner Schulter. Ja, die Skibbidi-Banane. Nice. Skibbidi-Banane, Digga. Das ist der Laptop-Lifestyle. Oh, da ist so ein Ding. Muss ich in den Schrank? Nee, einfach da vorbei. Ah, hallo. Einfach hier vorbei. Ich hab Knicklicht. Und die Dinger da oben lachen auch immer so dumm. Ja, ist so ein Giggle. Giggle. Ich hab grad ein Eeeh gehört. Ist das gut? Vielleicht. Wo geht's weiter? Keine Ahnung, das ist alles so viel. Da hinten ist ein Raum 107. Ist das nicht schon zu weit? Ich weiß es nicht. 106, 107 müsste passen. Wo hinten? Da, wo wir reingegangen sind. Nach rechts und dann gerade durch. Hier hinten. Also los und nicht erkunden. Kommt, kommt. Was ist das? Bist du das? Ich steh einfach hier in der Mitte. Irgendwo. Ah, da. Hier. Und wer hat die Batterie? Okay, was haben wir hier? Aber wenn ich auf Batterien klicke. Ja. Ach, die dropp ich dann. Dann kann ich sie reinmachen. Dann hab ich die Batterie irgendwo auf den Boden geschmissen. Beatrun natürlich wieder. Ja, ich dachte, ihr wärt hier schon. Oh mein Gott, sagt euch das auch, wie man das. Hab's nicht gesehen. Ich dachte, ich müsste euch hier daherlaufen. Kannst du die nicht einfach aus der Hand nehmen? Nein. Oh mein Gott, Alter. Du hast doch was auf dem Gesicht los. Soll ich eh drücken? Ja, aber hat jetzt niemand von euch die Heckenschere mitgenommen? Nein, was für eine Heckenschere? Ich kenn mich nicht aus, Leute. Ihr müsst mich einlernen. In diesem Schrank. Ich hab keine Heckenschere. Oh, diese Schränke sind gar nicht, um sich da zu verstecken. Bitte, fass mich nicht an. Ja, die Kleinen sind für Sachen. Die Großen sind zum Verstecken. Ah, mein Gott, Alter. Was war... Oh mein Gott. Ist das gut? Sollen wir hier sein? Ah, nee, nee, du kannst sie nicht runterfallen. Ja, ja, wir würden uns einfach vorbei. Ja, du kannst sie nicht runterfallen. Okay. Das kommt ja später. Der Typ hier ist nicht mehr der Main-Character jetzt. Ja, was wollen wir von dem? Das ist jetzt nur ein Side-Character. Real Talk. Wir sind nämlich die Main-Character. Das ist ein Side-Chick. In der Mülltunnel? Was? Können sich da zwei Leute verstecken? Yeah, cool. Crazy. Was ist das denn hier gewesen? Warte, wir sind jetzt einfach weiter? Was war das? Achso, 113 weiß ich nicht, ob ich sie nicht. Jetzt irgendwas. Hä? Achso, warte. Alter, irgendwas geht hier ab. Ja, weil wir die Tür geöffnet haben. Ja, weil wir die Tür geöffnet haben. Ach, ich gescheuze. Warte, ist da hinten eine Leiche? Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, warum? Ach, du Scheiße. Oh! Ich kriege auf uns die Räste. Hä? Die Federmäuße hab ich umgedacht. Ich war im Schrank. Was soll denn das? Hä? Hä? Warum war Louis tot? Keine Ahnung, ich bin in die Müllzeuge gegangen. Seid ihr alle tot? Ja, ich... Warum muss ich jetzt... Wie weiß ich mich? ...das Spiel spielen? Nein! Was? Hä? Was war das? Ich bin jetzt tot, ich hab so viele Items. Wir haben hier nicht so lange Zeit, Jungs. Ich war gar nicht tot. Ich check gar nichts. Leute, was ist das für ein Spiel? Ein gutes Spiel. Hm, das ist doch. Ich bin fast einfach... Ich bin aber fast erstickt. Okay, hier steht, ich bin am Schwarm gestorben. Die Glue Bats. Ein einzelner Glue Bad ist nicht sehr gefährlich, aber der Schwarm ist gefährlich und mehr steht da nicht. Wow. Gut, wiederbeleben. Ich darf nicht aufgeben. Leute, können wir einmal bitte, damit ich verstehe, was passiert ist, Revue passieren lassen, was geschehen ist? Niemand weiß das. Ich bin an Fledermäusen getötet worden. Ich bin an Fledermäusen getötet worden, ja. Aber hier sind 100 Sachen gleichzeitig passiert. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Gut, das war's. Wir haben alles. Äh, wo bin ich denn? Okay, ihr habt alles. Hier ist eine Tür. Da ist noch eine Tür. Was hab ich hier gefunden? Komm zurück. Was ist das? Mein Loot hast du gefunden? Digga. Nein. Secret Location. Hier hättest du vielleicht deine Heckenschere gebrochen können. Ja. Ich hab eine Heckenschere. Kannst du den Baum schneiden? Oder den Busch? Hier die Heckenschere, wer die will. Hat jemand Dietrich? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, naja. Warte mal, kannst du die Heckenschere benutzen? Ach, die Heckenschere kannst du dafür benutzen, ja. Kein Problem, Leute. Loot, loot. Was war da drin? Aber ich will meinen Loot wieder haben. Ich hatte so viele Items. Achso, eine Taschenabde. Ein Laserpointer. Ja, kriegst du schon mal hin. Fiss! Wir haben Laserpointer. Cool, ich hab gar nichts mehr. Außer eine Heckenschere. Ja, get dragged. Das ist doch geil. Die Hype kaputt ist nach zweimal benutzen. Wie oft willst du die benutzen? Für immer. Ich kauf so ein Ding fürs Leben. Ich hab eine Fuse. Ja, pack rein, pack rein. Nee. Halt die. Digga. Was? Greetsch. Wieso? Der hat nicht mal was gesagt, der Fisser. Ja, der scant manchmal. Manchmal ist Greetsch da auch. Also eher ohne was zu machen. Der ist einfach Daniel. Hä? Achso, so. Lauf nach vorne und wenn nix, der kommt rückwärts. Ja. Aber es wär halt schon echt cool, wenn ich nicht gebodyblockt werden würde. Kann bodyblocken? Nee, kann man nicht. Nee, ich konnte mich gerade nicht vorwärts bewegen. Das meine ich damit. Tja, get dragged. Hat noch jemand von euch Bandagen für später? Ja. Gut. Aber wir müssen runterschieben. Oh, stopp. Ich hatte irgendwie 100.000 Bandagen, aber... Ja, ich bin gestorben. Tja. So ist es. Hallo, ich werd schon wieder gebodyblockt. Ich führ doch schön, dass Felix einfach looted nebenbei, Digga. Ja, man konnte sich halt wirklich gut bewegen. Hä? Da ist ein Screech. Der hat nichts gesagt. Oh, da ist er. Oh Gott. Da ist ein Oh mein Gott. Oh, da ist ein Oh mein Gott. Nein, Hilfe, 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 wo ist ein Schrank? Nein, der Schrank ist leer. Voll. Selbstschuld, der stirbt. Oh, ich glaube, wenn die Erde bebt, dann kommt der. Okay. Ist so blöd. Kann sein. Ja, die Erde hat gebebt, auf einmal kommt der. Einfach sneaken. Nicht so loud, jung. Ja, sneaken, sneaken, sneaken. Ihr könnt nochmal rausgehen theoretisch. Oder ihr sterbt einfach. Nee, nee, alles gut, alles gut. Man kann den mit den Knicklichtern noch ablegen. Ah, okay. Ah, das ist nur nicht barobant. Ja. Spiegellichtern. Alter, der hat nichts gesagt. Alter. Ja, der scammt manchmal. Ich bin tot. Oh mein Gott. Hä? Der ist in dich reingelaufen. Ich wusste nicht mal, dass er so laufen kann. Spiegellichter. Machste aus. Machste aus. Ach ja, korrekt. Hast du ihn ja mit dem Laserfeuter angeleuchtet? Ja, habe ich. Ach so, du hast Luis umgebracht. Ja, cool. Hä, wie? Der ist überaggressiv geworden deswegen. Ich habe versucht, ein Knicklicht zu werfen, damit er weggeht, aber dann hatte ich einen Laserpointer in der Hand, weil ich Viktor gelootet hatte. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Laserpointer. Abgesehen davon, wie soll etwas von einem Laserpointer aggressiv werden, was blind ist. Meine Katze wird auch aggressiv am Laserpointer. Ja, aber die ist nicht schlimm. Ja, und die ist auch blind. Ja, Laserpointer sonnet halt Wärme ab. Aber wollen wir jetzt einfach neu starten, weil es ist nur noch Viktor und wir sind in Raum 3. Ey, ich habe drei Strawboards gestartet. Wir werden nicht neu starten. So sehen die Sicherungen aus, Leute. Willkommen zum DOS-Tutorial Nummer 1. So sehen die Sicherungen aus. Wo muss das hin? Los geht's. Aber... Wir sind schon fertig. So langsam der Herr. Ne, wir müssen auch noch das Spiel durchspielen. Durchspielen, mhm. Was? Das glaubst du auch wohl selber nicht, dass wir das schaffen. Ja, ich habe es gehört. Oh, ein Baby. Ich habe ein Baby. Ja, irgendwo hier ist auch etwas Lilanes. Wo ist das? Pst. Ich habe es gehört, aber ich sehe es nicht. Ich habe auch gehört. Ich glaube, das war ausgälen. Das war ein Scams. Okay. Baby bedeutet, was muss ich tun? An die Decke schauen. Ah, da ist keiner. Ah, das geht. Das ist Baby. Ne, das ist was anderes. Da ist der Baby. Da ist der Baby. Oh, der Baby. Der Baby. Kann man den anleuchten? Der Baby, der Rapper. Warte, ich werfe ein Knicklicht auf ihn. Dann kriegst du ein Achievement. Trickshot. Hat jemand eine Heckenschere? Nö. Nö. Deswegen sage ich doch, wenn wir es nutzen. Ich glaube, Heckenscheren bekommt man nur in bestimmten Küsten. Ja, wo ist ein Schrank, in dem ich mich verstecken kann? Ach, man darf ja gegen die Taschenabwehr nicht einmachen. Ach so. Oh. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass ich ein Knicklicht geworfen habe. Lass aber warten, bis das Knicklicht reicht. Ja, weil ich hier einfach. Ist mir egal. Keine Lust mehr. Nö, einfach sicher. Man darf, glaube ich, auch nicht auf die Eier treten. Aber wir müssen sogar auf die Eier treten. Ich bin schon im nächsten Raum. Ja. Wer lacht? Der ist rechts. Ich habe Batterie-Paket. Irgendjemand lacht aber. Nicht auf die Eier. Hier ist ein Ei im Weg. Oh mein Gott. Warte, warte. Felix nimmt das noch. Da ist noch einer. Felix, hier. Was ist das? Gib mir was zu essen, endlich. Zwei. Ich will zwei essen. Oh, Erdbeben, Erdbeben. Erdbeben. Mein Schrank. Und der Baby, und der Baby. Mein Schrank, Digga, das ist crazy gut. Oh Gott. War das knapp. Ich hatte doch ein Da Baby. Alter, ich habe ein Da Baby. Mensch. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Alter. Hier ist noch ein Da Baby. Dankeschön. Die Sache ist, dieses komische Quicktime-Event im Schrank, das kommt gar nicht, wenn da ein Typ drin ist, sondern wenn ich zu lange im Schrank bin, oder wie? Ja. Ja. Das hättet ihr immer sagen können, als ich sagte, ich habe jetzt das Quicktime-Event. Oh, das ist süß. Wer hat jetzt die Fantage genommen? Meine. Sagen. Ich habe sie nur gesehen und dachte mir, das ist doch gut. Boah, ich koche langsam. Echt Heilung. Ich kann dir geben. Ja, ja. Warte, ich schmeiße dir auch eine hier. Oh, wieder die Globets. Warum sind die immer noch da? Digga, wo zur Hölle sind wir jetzt wieder? Wo ist die Heilung? Ich habe auf den Boden vor dich geschmissen. Hast du ein Heil-Ding in der Hand zu uns? So eins? Nein. Äh, dann... Wie, das ist weg? Es geht einfach, das schüttet einfach. Ja, hast du so ein Pflaster-Ding? Wo? In deinem Inventar. So was. In deinem Inventar, wie öffne ich das? Unten deine Items. Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Okay. Du bist so ein Lügner. Ey, Louis. Louis, kannst du richtig sehen? Babys. Ah, warte, warte, warte. Habe ich es gehört, oder habe ich es nicht? Da oben. Digga, in so einem blöden Winkel, dass ich mich hundertmal drehen muss, um da hinzukommen. Äh, das ist übrigens Feuerraum, also mach dir kein Feuer an. Okay. Wolle ich nur mal sagen. Ich habe kein Feuer. Danke für den Tipp. Wir müssen aber am besten noch so schnell, ich es geht hier raus, weil... Ja, ja, wir haben nicht so lange Zeit. Ja, ich bin gestorben. Achso, wir müssen das aus dem Weg. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich dachte mal, du darfst einfach nur kein Feuer anmachen, du musst schnell durch. Wo ist es drin? Okay. Wurde aber neu gespawnt, glücklicherweise. Okay. Oh, let's go. Alles cool. Tatsache, wenn man mit einem Laserpointer auf ihn draufdingstert, dann wird er aggressiv. Erdbeben. Wollen Sie wissen, in welchem Raum sind wir? Erdbeben. Vielleicht war das der Typ da unten, als er aggressiv wurde. Das kann sein, irgendwie passiert nichts. Hey, ich kann keine Bandagen aufsammeln. Das ist so dumm. Geht denn deine HP hoch? Erdbeben. Erdbeben. Das ist jetzt so wieder, erdbeben. Bitte Hilfe, Hilfe. Nein, wieso kann ich da nicht rein? Hey, ich wurde gescampt. Wieso kann ich da nicht rein? Der kommt, der kommt, der kommt. Ich werde gescampt, ich kann da nicht rein. Ja, ich bin tot. Hä? Weil ich in dem Schrank war? Nein, da war gar keiner am Schrank. Okay, hast du einen anderen Schrank versucht? Da waren drei Lire Schränke, ich konnte da irgendwie nicht rein. Oh, geht's hier weiter? Bist du komplett tot? Ja. Wie, schon dein zweites Leben? Ah, da bist du wieder. Achso, das meinst du. Warte, ich hol meine Heckenschere. Oh Gott. Oh Gott. Können die sich verpissen? Vielen Dank. Das ist jetzt Raum 118. Wir sind hier ein bisschen zu aggressiv unterwegs. Mir auch. Hier geht's hoch. Übrigens, die ganze Nacht war meine Kamera an. Okay. Und deine Aufnahme. Nee, das nicht. Und die war auf deinem Bett geliefert. Und dein Livestream. Und das hat jetzt ganz YouTube gesehen. Was ist das? Muss ich hier was machen? Muss ich was wissen? Ja, du musst halt genau das gleiche machen wie davor. Aber nicht mit dem Laserpointer. So, was ich davor machen, wusste ich aber auch nicht. Stimmt, und das habe ich gerade als Fehler gemacht. Felix, links, links. Links. Nee. Ich habe gerade Felix getötet, Leutels. Danke. Ich habe Felix gesagt, links. Aber Felix ist nach rechts weiter reingegangen. Nein, warum ich? Warum? Ich stehe doch nur da. Ich glaube, ich habe die Fledermaus. Ich glaube, die Fledermaus. Fledermaus, sicher? Ja. Der ist aber so aggro. Warum ist er so aggro? Als ich das alleine gespielt habe, war der easy. Warum werfen wir Knicklichter? Das ist so dumm. Damit er zu den Knicklichtern geht. Ja, aber er will ja trotzdem aggro. Lassen wir es doch einfach. Wir warten einfach, bis er links ist. Und dann sneaken wir um ihn rum. Das ist ja kein Problem. Wir chillen einfach. Also geht es viel einfacher. Scheiße. Bleib einfach in euch, ihr wisst, wo man langläuft. Da, hier geht es weiter. Alles cool. Machen Sie keine Feuer, da. Hier geht es nicht weiter. Keine Feuer, Leute. Hey, Freunde. Hey, Freunde. Hey, Freunde. Hallo, Freunde. Hier geht es weiter. Komm mit. Warte, Louis, hast du mit dem Wiederbeleben gewartet, bis wir durch sind? Nein. Nein. Du hast es mal an Flackern. Ich habe diesen Schrank. Ja, kommt. Der kommt aus der... Ja, der kommt aus der entgegengesetzten Richtung jetzt. Ja, ja. Ist mir vorne auch aufgefallen. Ach Mensch, ich habe ja gar keine Items mehr. Braucht noch jemand Bandagen oder so? Nee, gerade nicht. Danke. Nee, nee. Ich bin am Leben. Ja, dann lass doch ein bisschen looten, nicht speedrun, Leute. Ja, ich loote alles, was ich sehe, aber ich sehe halt nichts. Du bist an 70 Schränken vorbeigelaufen. Ja, ich bin halt blind, weil ich habe keine Items und es ist dunkel. Äh, lauf mal, Leute, nicht hier runter. Okay, hier kann man also runterfallen? Ich weiß es nicht. Kann man? Keine Ahnung. Oh. Hänge ich jetzt weiter. Ja, vielleicht auf der anderen Seite. Louis, bist du schon weiter? Ja. Oh. Ja, speedrun doch nicht, junger Mann. Ah, Hilfe, Hilfe. Der ist genau in der Tür. Ja, einfach aus dem Boden schauen. Ich finde das ein bisschen komisch. Oh, der hat, der TP. Ah, der ist voll. Jetzt auf einmal ist er dort. Digga, was ist das für ein Scam? Ach, der teleportiert sich? Ja, ja. Der TP sich einfach. Warum auch nicht? Das ist crazy. Das wäre ich crazy. So, der kombiniert mit einem Baby an der Decke wäre wirklich ein Abfuck. Mit der Baby. Geblinkt, glaube ich. Ja, ja. Das hat die Flack hat. Habe ich nicht gesehen. Ich nehme diesen Schrank. Es gibt nur einen Schrank. Ich sehe da hinten an. Nee, das ist ein Spinnen. Nee, ich jetzt nichts. Jeder Spinnfall. Ja, natürlich geht der Egoist schon wieder nach vorne. Ja, warum bist du am Speedrun? Du hast chill. Alter, weil ich schon alles fertig gelootet habe. Da waren eben 100 Spinnen. Du hast nichts gelootet. Nichts. Bro, mein Inventar ist voll. Ich habe das hier. Ich habe das hier. Ich habe das hier. Ja, mein Inventar ist voll. Und ich habe eben 12 Spinnen geöffnet. Weißt du, woher du das hast? Du hast Felix und Connys Leiche gelootet. Daher kommt das. Keine Faschlampen, Jungs. Hier rechts geht es weiter. Rechts. Okay, danke. Reden. Das war ne. 132 wäre sogar richtig. Ich habe ein Knicklicht. Das ist gut. Wir sind jetzt schon hier? Das ging schnell. Keine Knicklichter, Leute. Leute, keine Knicklichter. Keine Knicklichter. Keine Spiegellichter, Leute. Leute, merkt euch einfach mal. Keine Knicklichter. Wir haben uns die ganzen Räume noch nicht mal angeschaut. Ja, ist doch jetzt egal. Ja, gut, hier ist nichts. Ey, Leute, Knicklichter, ganz wichtig. Werft die Knicklichter, Leute. Und Laserpointer. Laserpointer ist eine gute Idee. Oh, wir brauchen Generator, Dinger. Ich habe den Generator gefunden. Ja, einen Generator habe ich auch. Ich glaube, das war Scam. Ich passe nicht durch das Loch. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Oh, hier geht es nicht weiter? Wer, wer ist? Aggressiv. Der ist aggressiv. Warum ist er aggressiv? Ich weiß es nicht. Beweg mich nicht. Ist er verreckt? Nee, ich bin im Schrank. Aber der Schrank funktioniert nicht richtig. Ja, und er steht genau vor dem Schrank. Er geht weg. Oh, Gott sei Dank. Warte noch ein bisschen. Sag mir, wenn er komplett weg ist. Weil wenn ich rausgehe, wird er aggressiv. Jetzt ist er nicht weit weg. Okay, cool. Ja, stimmt. Wenn du aufmachst, wird er aggressiv. Voll vergessen. Ihr habt gelootet? Ihr habt gelootet? Deswegen ist er aggressiv. Ich habe nichts gelootet. Ich habe nichts angefasst. Nee, wir müssen looten. Ich habe ein Schrank-Ding aufgemacht. Ja, ja, und wir müssen das sogar. Nein, bitte geh nicht zu mir. Bitte geh nicht zu mir. Luis, hast du ein Ding? Oh, eine Sicherung. Achso. Oh mein Gott. Blut. Gegen unterm Tisch. Hier ist alles cool. Ich habe eine Sicherung. Nice. Wie viele brauchen wir? Zwei. Ich will nicht mehr. Die nimmt ihr, also Luis und Felix sind die. Ich packe die jetzt in den Generator, die erste. Und ihr nehmt dann die zweite. Ich schaue gerade nach der zweiten. Ich verlasse mich darauf, dass ihr das macht, Jungs. Das Körnchen sollte sich verstecken. Ja. Weil ich glaube, das macht wenig Sinn für uns beide jetzt noch rumzulaufen wie Idioten. Ja. Ja. Ich habe Angst. Ich werde mich einfach wieder hier. Was soll ich denn machen, der Herr? Ich bin tot. Das ist nicht gut. Ich bin nicht tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist der beste, Felix. Bitte, bitte. Warum ist er aggressiv und geht auf mich zu? Warum geht er auf Victor zu? Warum? Warum? Was war das? Ich habe die Sicherung. Aber ich darf da nicht rein. Ich habe nichts gemacht und bin aber gestorben. Wir haben einfach gechillt. Vor allem der Spot war voll im Safe. Warum war er jetzt jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Seine Route ist auch safe nicht das. Der war aus irgendeinem Gurt aggressiv auf mich. Ja, du schaffst es schon, Conny. Also ich muss das... Seid ihr alle tot? Ja. Oh mein Gott. Wo muss ich hin? Du musst nochmal zurück. Circa an den Anfang. Da liegt eine Sicherung im Schrank. Der Schrank ist schon offen. Und da musst du die da ins Loch rein. Da an den Anfang? Ja, ja. Circa da. Da muss leuchtet halt. Ich bin aber nicht safe. Muss erst mal warten, bis er weg ist, oder? Wie sagt es, wenn er links vorbei geht, dann kommt er doch in einer Sekunde wieder zurück. Du kannst halbwegs close an ihn ran. Könnt ihr euch überhaupt nochmal wiederbeleben? Nee. Ja, dann bringt es euch jetzt gar nichts mehr. Doch, du machst es. Okay, ich mach das. Also ich hab schon herausgefunden, wie close ich an ihn rangehen kann. Und zwar, dass der einfach auf mich zurennt und mich tötet. Wenn ich mich nicht begebe. Nee, da war er aggressiv. Das ist was anderes. Ja, und wodurch wird er aggressiv? Wenn man Sachen lootet. Ja, das macht. Oder in den Schrank geht. Das Ding da auf dem Boden? Da sind 20 Sachen am Boden, aber nee, du brauchst es, was im Schrank ist. Ja, doch nicht laufen, Junge. Doch, damit ich schneller weg bin. Was will er tun? Was will er tun? Was will er tun? Was willst du tun? Durchs Loch kommt. Du musst jetzt noch den Generator machen. Jetzt kommt er so durchs Loch. Dann jetzt einfach zur Tür und raus da. Stark. 133 und ich muss es zu Raum 200 schaffen. Das ist so einfach, du denkst. Das ist schon ein Drittel. Ein Drittel, wow. Ich alleine, wo ist er? Wo ist er da oben? Oh, Mann. Oh, halt. Das sieht so unspektakulär aus. Ja. Vor allem, wenn man rückwärts läuft, sieht es für einen selbst auch sehr unspektakulär aus. Ah! Komm ich nochmal an das Ding ran? Ich glaube, Luis ist gerade in der nächsten Game Master Reaction. Hier komme ich nicht als, muss ich runterschubsen. Keine Zeit, hier wird verschwendet. Schon wieder. Hi, was geht ab, mein Freund? Oh Mann, das ist so ein Raum. 37 hatten wir eben. Das müsste jetzt 38 sein, oder? Oder nee, sogar 39, glaube ich. Da steht sie an der Tür, wo du durchgekommen bist. Nee, das wird automatisch verwoschen, sobald ich durchgehe. Gibt nur 36 und 37, dann ist es die 37. Das ist alles nicht safe, please. Nee, da ist auch alles gut. Ich habe nicht gewusst. Oh, ein Schuss. Das ist mal kommt dann von hinten. Oh, ein Schuss. Nee, der nicht. Da ist ein Auge. Ja, das ist gut. Dr. Auge. Dr. Auge. Wann kommen die Reactions auf Dr. Auge? Das ist so ein Ding für Paul. Ah, okay. Ich bin gleich. Gut. Soll ich das jetzt wirklich durchmachen? Okay. Ich sehe halt nichts. Da kommt gleich von oben wieder der Baby. Dors 1 ist auch so viel einfacher. Ist es wirklich? Wirklich. Aber das hat man auch bei den Dors Events immer gesehen, dass die super schwer waren, ne? Aber da dachte ich mir, ja, okay, ist das ein Event. Ey, die Dors Events, die ich gespielt habe, waren sogar noch machbar. Ernst, das ist der richtige Raum, das weiß ich. Ah, ich habe ein Pflaster gefunden. Okay. Ey, da oben ist der Ausgang. Jetzt muss ich nur noch hochklettern, dann ist alles wieder gut, Leute. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas. Irgendwas passiert jetzt gar nicht. Ja, hier passiert garantiert was. Oh nein, kommt jetzt etwa... Oh nein! Äh. 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 Ah, jetzt darfst du Jump'n'Run machen. Oh mein Gott. Run. Nö, 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 nö. Spreng! Oh. 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 Ich gehe dahin, wo das Licht mich leitet. Ja, das ist gut. Das Licht, das weiß Bescheid. Ne, das falsche Wege muss in eine andere Richtung gehen. Ich muss dahin, wo das Licht nicht leitet. Genau. Das Licht sagt da, oh nein, jetzt war schon wieder der falsche Weg. Och meinchen, du hast den falschen Weg gelaufen. Och man. Och man, oh Gott. Aber stell dir vor, du gehst nicht da lang, wo das Licht einen leitet. Das sind ja jetzt riesen Wege. Ne, dann bist du tot. Dann ist man direkt tot. Man kriegt gar keine zweite Chance mehr. Nein. Das ist ja gemein. Das kann ich nicht anders beschreiben. Das ist ja unmassbar. Das Licht sagt links. Stell dir vor, ein Stein fällt auf mich, wenn ich durch die Tür gehe. Warte, oh nein, ich bin ein Idiot. Hä? Wow. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Wieso steckst du? Wieso steckst du? Hä? Was war das? Alles cool. Warum glidest du auf den Schienen? Ja, wirklich? Hä? Bist du am Skateboarden oder was? Was machst du da? Was war das? Einfach durch die Bretter. Also für mich sieht ja alles ganz normal aus. Ja, für uns nicht. Du bist 47. Du bist vielleicht bei 150. Dann ist er inzwischen fast durch. Oh, ich hätte mich drucken müssen. Das hätte mir... Nein, ich habe nach links gedrückt. Du Idiot. Ich habe nach links gedrückt. Komm, Leute, noch ein Try. Wir haben was anderes gesehen. Meine Kamera ist, glaube ich, sogar nach links gegangen. Ich muss den Obstacles dutschen. Und das Mende karteilten. Das habe ich gemacht. Ich habe mich nur nicht geduckt, weil da stand nicht mehr ducken. So, meine Freunde. Was habt ihr von diesem Abenteuer gehalten? Sollen wir nochmal versuchen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das war es jetzt. Und ciao.